Ausdauertraining, oh mein Gott, endlich, da hab ich's. Standhaftigkeit muss ich dazu ein bisschen lernen. Braucht man Level 5, Level 7 in Wahrnehmung feuchtig. So ein Messer kann ich bestimmt auch nur auf 1 sein, ne? Juck, ein Messer bleibt auf 1. Okay. So, das kann weg. Steinpfeile, ah, warte mal, Steinpfeile könnte ich rein theoretisch. Ja, warte mal. Wo haben wir den ganzen Honig her eigentlich? Äh, den hab ich auch gefunden mit, äh, bei den ganzen Dingern. Ich hab ja, ich brauch ja nebenbei die ganzen Sachen ab hier. Ja, ich hab auch ein paar gefunden davon. Deswegen haben wir jetzt 7 Honige. Ich hab noch was Schönes für uns als Dekoration. Auch für die alten Herrschaften, die brauchen ja auch Stühle, ne? Hab ich euch mal nen Stuhl hingestellt. So, dann nimm ich die 6 Tools auf jeden Fall mit. Und dann kann ich dann wenigstens nicht aufbrechen mit den Dietrichen. Hoffig. Da ist die Waffe selbstgebauter Stab. Den kann man doch bestimmt auch selber machen, ne? So, alleine der Name schon. Könnt ihr nen selbstgebauten Stab machen? Und Ben, welche Stufe? Stufe 3, wenn du den Schlag... Meinst du den Schlagstock quasi? Äh, naja, selbstgebauten Stab steht bei ihm hier. Wo ist denn der? Ja genau, Stufe 3. Äh, musst du eingeben. Stufe 3 kann ich auch nur. Wäre auf jeden Fall besser als Stufe 2 ja schon mal, aber... Ist jetzt auch nicht der große Unterschied. Stufe 4. Das ist ne Unterschied. Willst du den haben? Ja, ich guck nur grad auf die Sachen dafür haben. Ich brauch 10 mal Eisenrohr, 7 mal Leder. Dann kann ich dir den Ball... Ja, das suche ich grade. Ich bin unten. Da hab ich den Kissen nicht durch, all. Ähm... Was denn? Hier ist alles ans Dach, aber nicht das, was ich suche. Ich guck, wir haben kein Leder. Kann das sein? Ach, wir haben bestimmt irgendein Leder. Hey. Irgendwie find ich nischt. Oder ich bin absolut blind. Leder, 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 Leder... Ah, da. 22. Hab's endlich gefunden. Warte, warte an. Jetzt hab ich schon wieder vergessen. Äh, 10 Eisenrohre brauch ich. Äh... Und die suche ich jetzt auf. Ich kann dir welche geben. Wo bist du, Kaktus? Unten. Also, in der Mitte unserer Base. Kampo 34, alles gut. Hinter dir. Ja, und da hast du auch die anderen Sachen dafür. Wollt ihr jetzt beide so ein Rohr oder nur eins? Also, ich würd auf jeden Fall ein Rohr nehmen, weil ich damit am meisten arbeite. Ich ne. Vielen Dank. Kannst du mir die Rohre wiedergeben? Weil die brauch ich immer zum Aufbessern. Äh, zum Reparieren. Ehre. Sieh! Dann kommt der Gaming-Raum. Ah! Oh, ich glaub, bis dahin ist noch hin. Ja, auf jeden Fall. So weit sind wir hier mit der Base noch nicht. Ah! 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 Oh, wir bekommen Besuch! Ah! 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 Leute, die schreieren. Glaube ich. Ich gehe aufs Dach. Die ist tot. Glaube ich. Kannst du mal runterzugehen? Knack. Oh, wir werden vom Huhn angegriffen. Das Errorhuhn. Das Technohuhn. Technohuhn? Oh ja, die Pira macht auf jeden Fall stolzen Schaden. Auch für Beatrix tut's weh. Ich kann das Ding hier unten aufnehmen. Also ich und Leitern, wir werden keine Freunde mehr in diesem Spiel. Ne, merk ich. Die sind aber auch scheiße. Er will da nicht hoch. Schuhe, ich hab halt Schuhe. Und ich hab genug Ausdauer diesmal. Hast du irgendetwas bei Ausdauer als Skilt? Ne. So, dann zum Händler Quest abgeben. Jo. Hallo, mach die Tür auf, Trader. Ich will bei dir was Sachen abgeben. So, ich mute mich mal wieder ein bisschen, ne? Dass ich ein bisschen mit Chat agieren kann. Jo, mach das. So, Hallöchen. Wieso kann ich denn da nicht fallen? Ja, die Staubsauger, Vertreter, Schmerzer, die kommen hier oft. Ach, jetzt kann ich ja die machen. Sag mal, ähm... Franky, hast du jetzt gerade eine Stufe 2-Quest von mir bekommen, oder kriegst du die nicht? Hab ich. Die kriegst du auch, ja? Ja, ich komm mit. So, ich leveln, dass du höher springen kannst. Ja. Aber das liegt, glaub ich, nicht am hochspringen. Ich werde jetzt allgemein auch nur Stufe 2 machen. Keine Ahnung. Weil das Problem ist, dadurch krieg ich ja erst meine, äh, nächsten Upgrades. Ich glaube, du musst es jeweils von, sechsmal von einer Ener Stufe machen, oder achtmal. Achtmal? Also dementsprechend nicht wundern. Kleinen Vorschlag haben wir auf Qualität Nummer 4. Stein-Werkzeug auf sechs. Könnte den Steinhammer jetzt auf sechs machen. Oh ja, dann gib mir mal einen, wenn er das ist. Steinhammer Level 6, bin ich dabei. Oh, da braucht legendäre Teile. Ja, okay, können wir erst mal knicken. Denn das ist die Fünfer für unsere höchste Stufe. Aber, warte mal, ich gucke mal jetzt nach. Aber fünf habe ich auch noch nicht. Ähm, kann ich jetzt? Nein, mir fehlt eine. Mir fehlt eine, dann könnte ich Eisen-Werkzeug machen. Oh, ist das scheiße. Passiert. Wer ist halt ein Level? Also einen brauche ich noch, dann könnte ich Eisen-Werkzeuge für uns herstellen. Das wäre doch schon mal etwas. Ähm, du kannst jetzt aber keinen Fünfer-Steinhammer mehr basteln, ne? Nee, Fünfer kann ich nicht mehr basteln. Das ist doch kacke. Ja. Sechser, aber würde ich halt nicht machen. Die legendären Teile, wenn die so selten sind, wäre ja schon kacke. Ja, würde ich dann eher für einen Eisenhammer oder so nehmen. Ja, oder Eisenspitzhacke, irgendwie sowas. So, aber wir haben herausgefunden, dass ihr die Quest tatsächlich direkt bekommen, jetzt auf Stufe 2, dass ihr die oben machen könnt. Also dementsprechend könntet rein theoretisch wir alle machen. Aber ihr könnt doch eure Einser erstmal machen. Ich weiß halt nicht, ob ich die Einser jetzt noch mache, weil ob die für mich Sinn ergeben, außerhalb die Belohnung. Für die XP, ne? Also ein bisschen. Geh los, super. Äh, Andy, willst du mitmachen oder machst du einfach bei jemanden? Nee, ich bin jetzt andere Richtung. Ich gehe buddeln. Alles klar. Ich habe übrigens jetzt Loot-Gelück auf Stufe 3, ne? Nur so mal als Information. Heißt, wenn mal was krasses sein sollte, könnte ich ja versuchen, es nicht zu vermitteln. Das ist doch cool. Ähm, wer ist da nochmal ständig im... Dann würden wir eventuell näher raus. Das Tario wahrscheinlich, meinst du, ne? Schmerzer. Auch nur eventuell. Okay. Oh, hallo. Oh, Hund. Oh, dieser scheiß Köter, Alter. Hallo. Köter, verreckter. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin hier in den Feld einig. Alter, hab ich Glück. Ich habe übrigens nur eine kleine... ...Geschön-Herinnerung. Warte. Gehirnerschütterung. Arschköter, ey. Du müsstest jetzt mal vor... Ich muss hinten her. Die Gehirnerschütterung ist etwas länger. So circa eine Stunde und ein bisschen. Ich könnte... Oh, voll, ich bin irre jetzt auch. Nochmal. Die hat hier die Gehirnerschütterung gekluckt. Die hat unten eine Erschütterung. Jetzt hat sie die Gehirnerschütterung. Oh, das ist deine. Hier oben ist noch ein Kurier-Ding. Äh, Attributstärke. Das ist alles weiter nüch. Weiter. Die ist ein bisschen alt. Ich habe meine Kiste gefunden, ne? Ich noch nicht. Ich muss noch meine. Die ist 9,5 Meter entfernt von mir. Die oben vielleicht? Äh, bist du oben? Ja. Ah, okay. Pass auf, irgendwo habe ich hier was gehört. Nehmen an, irgendwo. Ach da. Hallo. Hallo. Mach mal die Tür auf, mein Freund. Dann können wir Angesicht, Angesicht, äh, gehen. War da was? Hallo. Bogen. Alter, ich bin noch mit dem Bogen gerade richtig scheiße, ne? Okay, alles klar. Ich versuch's erst gar nicht mehr. Hallo? Stirb doch jetzt. Du bist ein Tablettensohn. Geht doch. Ich muss hier nämlich gleich noch rauskommen. Weil wenn ich das Ding aufsammle... Oh nein. Hm, das wird jetzt angenehm. Ah, fuck. Ja, hier ist auch mein River Supply. Kann ich dir nicht sagen, Schmerzer. Du hier... Hatten wir noch nicht. Scheiße, ich hab Kopfschmerzen. Kommst du? Hier, nimm mal die Knarre in die Hand, lieber. Ne, ich hab kaum einen Moni. Ja, aber diesmal wird's heftig. Das ist eine Zweier, müssen wir daran denken. Es könnte hier ein Hund kommen. Warte mal. Oh ja, warte mal. Stimmt, wir könnten ja mit einem Sneaky den killen. Wir hatten auf jeden Fall... Im Blutmond eben hatten wir einen Wehrwolf. Der ist ein Ohr. Kommt da noch einer? Jo. Ich muss mich mal kurz bei Discord umstellen. Warte mal. Okay, Problem. Die ist... Die sind tot. Das war's? Die beiden hier? So, hörst du mich? Ja. Dass du die umgestellt hast. Ja, ich hab... ...echt umständlich irgendwie hier. Zappeln und nicht und bla. Äh, hab ich schon gelootet. Aber den hier nicht. War jetzt... Ich hab doch schon geswitcht. Warum bin ich denn nicht? So, ich soll den Axe wieder. Bug. So. Ähm. Äh, also... Ich glaub, Schmerzer, das ist einfach nur für dich noch so ein Trauma, weil du ja damals die Playstation-Version gespielt hast, die auf einer bestimmten Alpha stehen geblieben ist. Ich weiß nicht wo. 13, 14, 15, irgendwo. Achso, das war ja schon gelootet. Du hast da ja... Du wurdest da ja von den Hunden überrascht. Hab ich nie erlebt. Nie. Aber ich hab die Version, die die Playstation-Version war, auch nie gespielt. Also ich glaub, das war nur... ...die Version. Die Alpha. Die bestimmte. Dass das so schlimm war mit den Hunden. Ach, die vor uns, meinst du? Wo du grad bist, ja. Können wir doch einfach mal schnell rin gehen. Ja. Ja, kannst du den Blutmond ja nachholen, Schmerzer, ne? Ich würde da schätzen, da gibt's bestimmt ein bisschen Kleinigkeit. Ist auch Stufe 2, ja, ne? Oh, pass auf, da kommen einige. Einige aus den Ecken. Ich versuch mal, die Munition weiterhin zu sparen. Oh, scheiße, ich hab... Ah, Kopfschmerzen. You better take this job. I'm not... Word of it, guys. Next time. Mechanische Teile, das ist hier. Hör, was? Warte mal, hier draußen ist noch was. Ja, ja, hier kommt noch, Hugo. Ja, Digga. Was los? Oh, mein Gott, ich plünder ein Sarg aus, bitte, zählt ja niemanden. Bis jetzt da unten, Jan, schon? Ja, ich bin unten. Okay, komm hier hinterher. Ich musste nur oben nochmal. So, gucken wir mal. Was ist das hier? Den habe ich ja noch nie gesehen, diesen Ding. Das ist ja cool. Schick, schick. Bluten. Diese Eisenpfeile, Digga. Doch, wieso, was ist denn mit diesen Kut? In deine verdammte Fresse. Die sind doch nur für die, für die, wenn du die Dings hast hier. Wer ist das? Nee, du kannst die auch reinmachen im primitiven Bogen. Keine Ammonie mehr. Also die Eisenpfeile kannst du im primitiven Bogen reinmachen oder hast du Eisenbolzen? Ach schon, ich hab' das geraten. Ähm, 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 ähm. Äh, äh, was, was, was? Oh, 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 oh. Der hat die Tür aufgesprengt. Oh, schön, schön, dass du durch die Tür gehst. Bei den anderen beiden ist richtig was los. Oh, nein, ich hab... Oh, hast du Glück. Glück, Alter, Kopfschmerzen haben gerade mal richtig reingemedert. Oha, jetzt kommt, jetzt kommt mein Moment, Alter. Ähm, wo landen wir? Pass auf, geh nicht zurück, bleibst du auf, wo du bist. Oha, scheiße. Nee, hier ist nur ein Ausgang. Warm, Alter. Du, hier ist nur ein Ausgang, wir müssen weiter runter noch. Ich bin, ich bin hier, ich hab hier einen... ...Helke zum Blut. Und? Äh, ja, weiß ich eigentlich, ich lukte mal hier. Ah. Da hab ich ja auch nix zum Lesen gerade. Das ist... ...Hab ich hier gefunden, aber auch nicht. Robotic-Teile. Was ist das hier eigentlich, kann ich das abbauen? Ich hab legendäre Teile gefunden hier drin. Oh, Nitrat. Nein, daneben ist noch, äh... Ja, ich bin grad ein bisschen voll. Ja, aber irgendwie interessant, die... ...Richtliche, ne? Auf jeden Fall, und voll, voll Strecker, äh... ...Lederhänden habe ich, die nehm ich mir mit. Das brauchen wir für, äh... ...Dings, wie heißt das? Wollen wir noch die Redfin-Sachen mitnehmen? Nee, da war nix, nicht falsch. Bete, ne? Nee, ich meine, in der Leder-Trode habe ich noch ein paar Sachen drin, die... Ja, Schweizer Armee, Hämmer, kann erlösen. Da hast du recht. Und schmeiß ich die raus, außer vielleicht der Sprengmeister hier, ja, normal. Bumpenlieger. Oh meeeeh, oh Gott, da fachst du nix, Spike rein? Einfach mal in die Kirche ne, äh, sagen wir, Dynamit reinschmeißen, warum nicht? Apropos Dynamit, ich hab jetzt, äh, einen Sprengkraft Level 3 erreicht. Ah, kann ich jetzt, äh, hab ich jetzt Tools bekommen, einen übrigen, für das Level jetzt, äh, Erntewerkze... Ich kann eine Eisenspitzhacke auf Level 1 endlich machen. Oh man, ey. Fünf Jahre später, ich kann eine Eisenspitzhacke machen. Nice, ich hab schon ein bisschen Eisen eingeschmolzen, das heißt... Das heißt? Äh... Ich glaube, wir wieder zu Hause sind. Kannst du die gleich machen. Alles klar. Mach ich. Sag mal, kann man jetzt gar kein Maximum an, äh, Inventarplatz mehr freischalten? Weil ich hab jetzt, äh, Pack-Ese auf Stufe 5. Irgendwann machen wir. Keine Ahnung. Ach nee, ich bin gedubuffed. Ja, okay, verstehe. Ah, ist gut. Hat sich erledigt. Oha, du musst die Reifen abwarten. Boah! Alter. Ich weiß nicht, ob die Beete immer noch so teuer sind, Schmerzer. Ich guck gleich mal. Das war das mit den 10 vergammelten Fleisch, ne? Die Beete. Das kann sein. 10 vergammelte Fleisch, 100, äh... Lehm und, und, und. Ja, ja, das war eigentlich noch teuer. Ich guck mal nach den Beeten. Beet- und Felderblock. Genau das gleiche. 100 Leben, 25 Nitrat, 10 verrottete Fleisch und 4 mal Holz. Also, ich hab grad 179 Nitrat gefunden. Das ist nicht schlecht. Oder? Nitrat kann man auch gut abbauen, also so ist das nicht. Ich seh immer in den Untergrund und dann hast du halt... Äh, schlimmer wirds eher das verrottete Fleisch, weil wir das halt auch kaum mitnehmen. Ich nehm das immer mit. Also, ich auch, aber... Manchmal nicht, manchmal nicht. Höher dem zähnischen Sicht. Ich glaub, ich nimm mal die... Sind das für hässliche Fotzen hier? Verpiss doch. Kannst du mal bitte mit vernünftigen Ton hier umgehen? Die haben auch Gefühle. Achso, mit vernünftigen Ton. Was ist das denn hier für Fotzen? Verpiss doch nicht. Der Ton besser? Stromzufuhr nachts. Wollen wir die machen mal? Prostungsanteile. Ich mach jetzt mal eine Tagesquest an der Stelle. So. Ah. Ich trinke jetzt mal. Ey. Neues Getränk gefunden, Leute. Cheers. Flensburger Fassbrause. Kein Alkohol. Und auch super irgendwie... Eigentlich ist da nix drin. Ein bisschen Kohlenhydrate. Zwei Gramm grad mal. Und davon Zucker nur 0,5. Voll geil. Nice. Okay. Kann man voll gut trinken. So, Frankel. Seh zu da. Ich will auch zu dem Typen in sein Menü drin rein. Ach, du stehst drin, ja? Komm, ich würde die schnell machen, bevor ich die Stromzufuhr-Quest mache, die nur nachts geht. Ähm, warte mal. Oh, komm, du Finca. Ich würde mich einmal... Ich gehe in die Militär-Base einmal. Ich würde einmal reingucken. Oh, die... Stimmt, die wollte ich oben mit durchgehen, weil ich glaube, die war schwer. Aber dann wollten wir auch danach eigentlich in das andere fette Ding rein. Ja, lass doch uns die Militär-Base jetzt. Er hat in das fette Ding gesagt. Ja, wer war da nicht... Ich meine nicht in die Olga rein. Nicht in die Olga. Ach so. Ja, Fass-Brause ist... Obwohl, Abarthi, ganz ehrlich... Warte, ich mute mich mal wieder, dass ich die anderen nicht so voll sabbel. Oh, das ist kein Problem. Also, wir beide... Also, ich gehe jetzt auch zur Militär-Base. Ich mache doch die Militär-Base, weil, äh... Deine Luke hoffentlich. Äh, ich mochte nie so gerne Fass-Brause, bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall immer nicht die, die meine Frau sich damals geholt hat. Ja. Ja. Aber jetzt die von, von, ähm... Ja, bei mir kann es noch ein bisschen dauern. Meine Frau hat halt so harte Kopfschmerzen. Und schmeckt das auch noch, was da nicht drin ist? Ja, natürlich. Nein, Kopfschmerzen. Sonst hätte ich es ja eben nicht gesagt, dass die ganz geil ist. Das ist halt Zitronen-Fass-Brause. Aber mit so gut wie gar keinem Zucker und so, voll geil. Ein bisschen Retail-Time, eine Stunde, ne? Sowas ist ja meins. Ja, ich meine. Ich kann auch mal weniger Kopfschmerzen haben. Der soll sie nicht noch haben. Wobei er ja ein bisschen auf den Kopf gekommen hat, weißt du? Ey, ich hab nur noch Pfeil im Tomen gleich. Bisschen drüber, warte mal eben. Außer eher eine Schot, aber das ist ja auch nichts. Ja, doch. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Schwer. Bis die nachgeladen ist. Ist das denn? Ja, das ist natürlich dein Erdang. Ansonsten, ich hab 41 Pfeile halt noch. Weil die andere Munition ist halt nur meine Notfall-Munition. Deswegen nehme ich gerne die Shotgun als zweite Munition. Außer wenn ich halt ne krasse Shotgun hab, aber die ist halt Billo. So, ich hab halt noch nichts auf dem Kopf. Wortwörtlich, Billo. So. Bin gleich da, 300 Meter noch. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020